Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Maximo Loha am Start. Heute haben wir den... Nix. Heute haben wir Eifersteine dabei. Ja, ja. Was ist? Was geht, Alter? Der... Ja. Also, upgraden will ich noch nichts. Ich warte, bis 2000 kann ich die Hexe oder sowas upgraden, kriege ich 100. Und dann kann ich... Brauche ich noch 600, dann brauche ich noch 700, bis ich Level 8 komme und dann kann ich mal eine... Dings, äh, ein Turnier machen. So, dann schicke ich einmal eine... Eine Anfrage bei... Ähm, Hashtag Holzi. Einfach mal so. Natürlich, der heißt ja... Der hat sich auf dem Kanal mag. Genau, also auf dem, ähm... Warte. Holzi... Der hat sich zwar auf dem... Hier, der hat sich zwar Mark genannt, aber der ist ja ein echt Eifersteine, wie ihr wisst. Der hat den echt auch einen anderen nennen. Aber er ist auf jeden Fall nicht Mark. Also, ich mach einfach mal eine Beitrittsanfrage. Oder er schickt mir mal eine. Jetzt kannst du reingehen, danke. Dankeschön. Okay. So, gut. Dankeschön. Ich bin auf jeden Fall jetzt einem klar weitgetreten. Mein Deck. Ich guck mal, wie der... Wie das Deck vom Alphastein ist. Ja, das ist ja gut. Eigentlich schon sehr gut, das Deck. Aber der hat einen wirklich katastrophalen Legendary. Ich hab hier erst noch einen Legendary. Hier den Eismagia. Also... Er zeigt uns, wir machen jetzt Testspiel. Und dann zeigt er uns mal die drei Legendary. Der Wies. Wir sitzen uns jetzt gegenüber. Oh mein Gott, der hat Funky. Erste Legendary. Zweite Legendary. Dritte Legendary. Was? What the fuck? Oh Gott. Jetzt wird jetzt zu... What the fuck? Dann haben wir mal... Alle drei Legendaries in einem Spielzug gesetzt. Ist denn das zum Glauben? What? What the fuck? Nee, das ist scheiße. Alphastein, mach mal etwas ruhiger. Ja, also... Natürlich, die habe ich... Ja, nee, ich will es mich nicht... Nein, geh zurück, Alphastein. Das macht keinen Spaß, nee. Ja, als ob... Nee. 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 Ist das dein Ernst? Alphastein. Alphastein. I want to do it. I want to do it. Also, ernsthaft. Alphastein ist echt gut. Mit seinen scheißperfekten zwei Fookies. Komm auch mal mehr. Wir haben ein Komma-HD. John Cena. Da ist mein Account, den habe ich verlassen. Den habe ich gelöchelt. Und habe einen neuen gemacht. Also, der wird nie mehr online kommen. Das war's auf mein Tablet. What the fuck? Wer ist das denn jetzt? Ja, ich gehe mal nachgucken. Nein, wirklich. Hi. Hi. Komm doch mit. Okay. Aber nur heute leider sein, weil wir machen gerade ein Video. Okay. Bestimmt, wenn wir mal einen Testkampf machen. So. Endlich. So. Wenn du jetzt wieder alle drei setzt. Nein. Was ist das für eine Scheißkarte? Nein. Ei. 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 Ich schau mich schon bei mir dann. Ja, go, 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 go. Ey, das ist behindert, Miguel, Mann. Na, was siehst du, mein Turm? Ey, das ist doch so behindert. Nee, Mann, äh, äh, das ist selten. Doch. Nö. Doch. Äh, äh. Doch. Ich krieg nur so Kaffee wieder aufgenommen. Oh, du bist nicht fertig. Ich schlägt. Ich rassier nicht mit Shampoo. Setzt doch, Prinz. Ach doch, ich hab doch keine Platte. Scheiße, die wollte ich gar nicht setzen. Wollt sie setzen? Nein. Ja, gut, hab ich gesagt. Ja, okay, ich bin am Arsch. Aber nur, weil es nur gehangen hat, aber selten. Für sie. Doch, das ist selten. Nö. Ja, ich mag ihr. Selten nicht. Okay, du willst noch mal einen Kaff? Du kriegst auf die Schnauze jetzt. Bitte nicht wieder mit deinen drei Dingern. Nein, nicht gucken, Junge. Geh mal weg. Nö, 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 nö. Ja gut, Leute. Leute, ich mach mir auch noch ein anderes Deck. Geh, das nehm ich mal. Ja, das nehm ich mal. Einfach mal so aus Spaß. So aus Langeweile. Und ich guck mal nachher, mach ich vielleicht noch ein Video. Und guck ich mal. Nimm doch Mami. Okay, genau die Karte, die ich am Anfang auch haben wollte. Äh, Golem du kannst, Alter. Ich hab keinen Golem. Setz doch, setz doch. Soll ich's machen? Ich hab' ne Special. Ich hab' ne Special. Hö, nö. Kaput's. Nee. Fick dich, Aue. Nein. Du kriegst auf die Fressen ein, okay? Los jetzt, du rufst dagegen. Du bist dumm. Ich bin nicht dumm. Du wirst jetzt gleich mal sehen. Dass ich nicht dumm bin. Oh, Gott so. Oh, Gott so? Hey, ich hab' das Gau. Ganzer Holz, ich hab' die Nische. Ah, lala. Oh, danke für den Ton, ne? Ja, du bist so gearscht, hier. Jo, ich will den endlich mal setzen. Ach so, das. Da ist das schon die ganze Zeit, was ich haben wollte. Jo, ho. Oh, ich warte einfach mal bis 10. Dann wirst du schon mal nen Special-Effekt sehen. No, ich gucke mich doch nicht. Das wäre ich aber auch hier. Willst du beide? Nein. Mein Special-Effekt. Special-Special-Effekt. Mein Special-Effekt. Mein Special-Special-Special-Effekt. Mein Special-Effekt. Mein Special-Effekt. Mein Special-Effekt. Special-Effekt. also leute ich mache jetzt also ich möchte dieses video jetzt noch beenden ihr werdet nachher noch andere videos von mir sehen aber auf jeden fall werdet ihr gleich noch andere wiedersehen tschüss und bis zum nächsten